NBB RE 18 nach Osnabrück, Abfahrt 6.05 Uhr, heute von Gleis 1. NBB RE 18 nach Osnabrück, Abfahrt 6.05 Uhr, heute von Gleis 1. Zug wird nicht abgekoppelt. NBB RE 18 nach Osnabrück, Abfahrt 6.05 Uhr, heute von Gleis 1. Nach Osnabrück. Oh mein Freund, der Zug wird nicht abgekoppelt. Schade. Ich habe eine Schade, Zug wird nicht abgekoppelt. Schade! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wie lange? So, Freund, also Freund, Freund, das ist wieder, Freund, das ist wieder auf den Donamenten, also. Oldenburg? 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 Kinder? Danach? 20